Okay, großes Update bei OpenAI, das ich ein bisschen zerpflücken möchte. Und zwar, GPT-3.5 Turbo erlaubt euch nun, dass ihr es auf eurer Business-Logik komplett selbst feintunen könnt. Was bedeutet das? Nun, wir starten direkt mal rein und bevor wir damit anfangen, ich möchte heute mit euch erstmal über das Feintuning reden, da wir aber noch nicht über die API gesprochen haben von OpenAI. Das heißt, das muss ich euch natürlich auch kurz zeigen, wie ich mit der API in Python interagiere. Und am Ende werden wir uns angucken, warum das vielleicht ein bisschen nicht so schlau wäre für euch, das zu machen, was die hier vorstellen. Also, wir gucken uns das mal an. Zunächst einmal, OpenAI erlaubt euch jetzt eben auf Basis von GPT-3.5, nicht 4 Turbo allerdings, Feintunes zu machen und es gab einige API-Updates. So, warum würde man Feintunen wollen? Nun, man bekommt im Endeffekt hier bessere Business-Logik in das Modell rein. Beim Feintuning passiert Folgendes. Nehmen wir an, ihr seid eine Rechtskanzlei und ihr habt, keine Ahnung, haufenweise Urteile oder Informationen, die ihr quasi für all eure Mandanten braucht und ihr wollt einen Chatbot für eure Mandanten bauen, mit dem die regelmäßig interagieren können, speziell für euren Fachbereich. Dann nehmt ihr euch GPT-3.5 Turbo, stopft dort die ganzen Trainingsdaten rein und am Ende habt ihr einen Chatbot, der wirklich nur noch rechts spricht. So, die ganze Zeit, bla 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 bla, ne? Ähm, und das ist dann ein Chatbot, der vielleicht auch besser dafür geeignet ist. So, das ist der Use Case erstmal. Ähm, das bedeutet, wir haben hier auch Improved Steerability. Das heißt, wir können uns jetzt quasi sicher sein, dass es halt auf unseren Daten trainiert ist und dass es gleichzeitig auch zum Beispiel immer in Deutsch antwortet. Wir können aber auch Output-Formatting viel, viel besser garantieren, weil zum Beispiel JSON sehr viel besser funktioniert, ja? Also, ihr werdet das gleich in meinem Beispiel sehen, warum JSON, warum ich immer noch kämpfe, damit ich JSON als Output-Format bekomme. Naja, egal. Ähm, wir können den Ton anpassen, das heißt, dass es zum Beispiel mehr formell ist oder eher informell, mehr wie ein Freund und so weiter und so fort. Ihr versteht, was ich meine. Und das ist der Use Case. Das heißt, overall, so zusammengefasst, schreiben sie, dass einige Tester in der Lage waren, mit diesen feingetunten API oder AI-Modellen, ähm, 90% ihres Prompts einzusparen. Das heißt, alles wurde schneller und sie haben ihr eigenes Modell, das eben nur für sie eine Antwort bringt. Ähm, und ja, ähm, wir können jetzt hier auch scheinbar bei feingetunten Modellen 4K-Kontext bekommen. So, das ist schon mal ganz gut, würde ich behaupten. Jetzt, bevor wir uns diese Feintuning-Steps hier angucken, muss ich euch kurz zeigen, wie man normalerweise mit der API interagiert. Zunächst einmal müsst ihr auf platform.openai.com-account-api-keys. Hier drin habt ihr, äh, die Möglichkeit, neue Schlüssel zu erstellen und einen von diesen Secret-Keys braucht ihr. Den speichert ihr euch am besten mal irgendwie, ähm, zwischen. Die fangen immer an mit SK, dann kommt Mindestrich, dann kommen sehr viele Zeichen, die hier einfach ausgeblendet sind, zum Glück. Und am Ende kommen irgendwelche Buchstaben. Dann klicken wir hier einmal ganz kurz auf Playground und schauen hier, was für Modelle wir hier zur Verfügung haben. Das sind zum Beispiel GPT-35 Turbo, 16K oder GPT-35 Turbo. Und die müssen wir uns merken, ja, oder eins zu eins kopieren. Die Schreibweise ist ultra relevant, okay? Das könnte ich hier am besten einfach mal rausziehen. So, dann wechseln wir in den Code und schauen uns an, was ich hier gemacht habe. Das ist schon mal vorgefertigt so. Darauf baue ich meistens auf, wenn ich irgendwas mit der OpenAI-API baue und teste, ähm, und dann später eben auch im Einsatz vielleicht möchte. Und das ist eigentlich relativ simpel. Ähm, wir brauchen die Bibliothek OpenAI. Config ist eine Datei von mir. In meiner Config steht einfach nur Secret Key drin, damit ihr Schlawiner den nicht lesen könnt, ne? Weil, da drüber könntet ihr über mich abrechnen. Das wäre ein bisschen doof. So, dann habe ich hier eine Funktion geschrieben, die heißt Generate. Und in Generate schreibe ich erstmal, response ist gleich openAI.chatcompletion.create. Das ist der Funktionsaufruf. Der geht von hier bis hier. Wichtig ist, dass wir das Modell hier definieren. Also, wenn ihr mit GPT-4 arbeiten wollt, kommt GPT-4 eben hier rein. Wenn ihr mit 3.5 Turbo 16k arbeiten wollt, müsst ihr hier eben noch 16k hinten dran schreiben. Und das ist eben 3.5 Turbo, das ganz normale. So, dann kommen hier die Messages rein. Und das ist quasi euer Chatverlauf, den ihr bisher habt. Hier kann alles rein, was ihr an Informationen für diese Interaktion braucht. Und im nächsten Aufruf kommt dann quasi noch was oben drauf. Man appendet da wirklich die einzelnen Chat-Nachrichten, die hier von OpenAI zum Beispiel an uns kommen, damit wir eben diesen Kontext behalten. So macht man quasi dieses Kontext. Man schickt immer einfach alles an die API, was man hat. In meinem Fall starte ich aber meistens damit. Und zwar, role system, you are bla bla bla, that knows a lot about bla bla bla. So, das ist nur mein grundlegender Ansatz, ja. Das ist kein prompt-engineertes Ding. Das ist erstmal, so starte ich meistens und dann versuche ich es zu verbessern, okay. Also, das muss man verfeinern, kommt immer auf euren Use Case an. Dann kommt hier die Instruction rein, also die ganz normale, was möchtest du eigentlich tun. Dann kommt hier, wie der Output sein soll, also in welchem Format er sein soll, das Formatting. Und dann, welche Sprache der Output haben, die Ausgabe haben soll. So, in meinem Fall habe ich jetzt einfach dann hier die, ähm, nicht question, was war das denn? Ich meine natürlich answer, ja. Die Antwort von OpenAI, nicht die Anfrage, das wäre das hier oben, ähm, wäre aus der Response von eben genau dem hier gekommen. Und die geben wir zurück. So, das ist das, was wir hier rausbekommen. Jetzt möchte ich in dem Fall einfach mal ein kleiner Use Case für euch. Ähm, ich möchte genau den Code aus dieser Datei hier lesen, hier rein speichern als ganz normalen Text. Und dann sage ich, review this code. Du bist ein Expert in Coding, du kannst besonders gut Python Code refactoren. Und das Output-Format soll JSON sein. Ein Beispiel, Ideas, Doppelpunkt, go in the shower oder zum Beispiel, bedass und das, das könntest du verbessern, read the book und so weiter und so fort, ja. Das ist nur ein Beispiel jeweils hier. Und Language ist English. So, und jetzt klicke ich hier mal auf Run. Und, ähm, ich lasse das auch jetzt mal durchlaufen, damit ihr eine Ahnung habt, wie lange und wie schnell das ungefähr ist. Dauert nämlich schon ein bisschen. Ja, in der Zwischenzeit, während das passiert, das hier muss natürlich dann am Ende noch sehr, sehr stark refactored werden, bevor wir irgendwas hiermit machen können, okay. Ähm, und ich wäre extrem vorsichtig an eurer Stelle, jetzt ist es fertig, wenn ihr da einen User direkt mit interagieren lasst. Denn dann haben wir das Problem von Prompt Injection. Ähm, das werde ich in einem anderen, in einigen anderen Tutorials noch covern. So, die Idee, die wir jetzt hier bekommen haben, ist, äh, the provided code looks fine and blah, blah, blah. However, there are a few suggestions. Use a better naming convention for variables. Okay, cool. Ähm, single characters? Wo habe ich das denn? Achso, F meinst du wahrscheinlich, ne? F, ja, genau. F könnte replaced werden durch File. Dann try accept block for file operations. Consider error handling. Separate sensitive information from the code. Instead of directly importing config file, consider using environments. Könnte ich machen. Das wäre tatsächlich sinnvoll. Und hier unten drunter kommt dann der verbesserte Code. Python, import JSON, openAI, blah, blah, blah. Äh, hier ist noch ein Kommentar angefügt worden. Aus der, ui, aus der Environment. Äh, schick. Ist auf jeden Fall ein guter Code, den wir hier bekommen haben. Ich habe das umbenannt in File. Und wir haben try catch oder try accept block bekommen. Ja, und soweit eigentlich ganz in Ordnung. Nur eine Sache hat es überhaupt nicht getan. Ups, das soll ich nicht so weit drunter tun. Eine Sache hat es gar nicht getan, falls es euch aufgefallen ist. Wir haben definitiv kein JSON-Output-Format bekommen. Und das ist genau ein Problem. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr mit der API arbeitet, sehr viel Zeit damit verbringen, zu refactoren. Das heißt, dass ihr hier gucken wollt, ähm, wie genau bringe ich eigentlich OpenAI dazu, oder, ähm, ChatGPT oder GPT-3.5 in dem Fall, dazu, das hier wirklich in meinem Output zu bringen. Hm, so, das ist die Schwierigkeit, die wir hier haben. Zum Beispiel. Und wenn wir natürlich jetzt hier sehr viel Business-Logik mit reinbringen, sprich, sehr viele Dateien als Kontext mit reinbringen, dann sprengen wir irgendwann diese, in dem Fall 4000 Tokens, aber selbst den 16K-Kontext können wir locker sprengen. Ähm, 16.000 Tokens ist jetzt nicht wenig. Das sind, ähm, schon einige Wörter, ja. Ja, aber trotzdem können wir hier natürlich einsparen. Und dazu soll genau dieses Feintuning hier eben nötig sein oder auch helfen. So, jetzt gibt es hier die Möglichkeiten, wie man Feintunen kann. Einmal haben wir hier einzelne Messages, ähm, die wir natürlich präparieren müssen. Also, quasi eine Reihe an Messages, wie wir es auch gerade hatten, ja. Das sind auch einfach nur die Messages. Genau das wollen wir reingeben. Und anschließend wollen wir aber eine gegebene Output-Nachricht auch haben. Das heißt, der Assistant, und das ist jetzt das, was neu ist, also, wir geben die Messages rein. Das ist das, was wir geschrieben haben. Das ist der Teil. Und die Nachricht vom Assistant ist die Nachricht, die rauskommen soll, wenn wir das hier eingeben. Das heißt, bei Eingabe von dem Output das hier. So, und davon brauchen wir richtig, richtig, richtig viele. Die müssen wir erstmal generieren. Wir müssen also basierend auf Eingaben optimale Ausgaben trainieren oder festlegen, die wir haben wollen. Diese Dateien müssen wir dann an OpenAI schicken. Ich werde das jetzt hier nicht machen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ähm, müssen wir da hinschicken, ganz einfach, quasi mit unserem API-Schlüssel und dann alle Dateien hochladen und dann einen Feintuning-Job bauen und dann das feingetunte Modell benutzen. Das können wir selbstverständlich auch alles über Python machen. Curl ist einfach nur eine Art und Weise, mit APIs zu interagieren. Das können wir hier wunderbar auch mit Python machen. So, jetzt kommen wir allerdings zu dem Aber. Und das ist was, was ich, ähm, ein bisschen ausführlicher noch behandeln möchte. Hier steht, es ist sehr wichtig, dass die Systeme weiterhin safe sind. Das bedeutet, dass sie aligned sind zum Beispiel, dass keine Kacke passieren kann und dass die, ähm, dass die Daten, die reingegeben werden, nicht den Richtlinien widersprechen. Deswegen, das ist jetzt erstmal nichts Falsches, also ich meine, ich will jetzt auch keine GPT-3.5-API haben, die Rogue geht, aber, ähm, deswegen werden die Feintuning-Daten allesamt durch die Moderation-API geballert. Das heißt, der Moderations-Endpunkt, der auch für GPT-3.5, beziehungsweise für ChatGPT genutzt wird, ist dazwischen. Das heißt, irgendjemand guckt durch die Daten durch und falls sich das System unsicher ist, guckt, glaube ich, auch ein Mensch durch. So gut dokumentiert ist das nicht. Falls jemand genaue Informationen hat, bitte schreibt sie mir unten. Ich werde das dann markieren, ganz oben in den Kommentaren oder vielleicht selbst eine Zusammenfassung schreiben davon. Und ein weiterer GPT-4-Powered Moderation-System, Bot, ist da quasi auch drin. Das heißt, die Daten gehen auch nochmal durch GPT-4 durch, um nochmal einen Bot zu haben, der da auch automatisch drauf guckt. So, das ist erstens mal unschön, wenn wir sehr sensible Business-Logik-Daten haben. Weil das läuft nicht auf unserem System. Potenziell hat ein dritter Zugriff auf diese Daten. Und das ist nicht gut. Vor allem, wenn wir von sehr sensiblen Daten sprechen hier. Das können wir uns in meisten Business-Cases nicht erlauben. Das Zweite ist, es ist aber nicht nur potenziell datenschutzproblematisch, sondern es ist auch eben hier vom Pricing ein bisschen suboptimal. Dazu habe ich euch mal OpenAI-Pricing mitgebracht und ich bin ein bisschen, so, so seht ihr alles und ihr seht mich auch noch. Und wir haben hier einmal den OpenAI-Blog mit genau diesem Ding, wo die Preise fürs Feintrainieren und so weiter und so fort drin stehen. So, wir haben hier einmal Feintuning-Kosts. Einmal Trainingskosten und einmal Usage-Kosten. Und die Usage-Kosten gehen auch hoch. Für das Training brauchen wir erstmal 0,8 Cent pro 1000 Tokens. Feintuning-Daten liegen meistens so im Bereich von mehreren zigtausend Tokens, ja. Deswegen macht man überhaupt Feintuning. Weil wenn ich kein Feintuning brauche, weil zum Beispiel alles in meinen 16K-Kontext passt, dann brauche ich das nicht machen. So, das heißt, wir haben hier, gut, ein bisschen Kosten fürs Training erstmal, um überhaupt ein feingetuntes Modell zu bekommen. Viel schlimmer finde ich allerdings die Input- und Output-Tokens. 0,1, äh, 1,2 Cent und 1,6 Cent für die feingetunten Modelle. Als kleiner Vergleich, wenn ihr nicht Feintunt, habt ihr 0,15 Cent für die Eingabe. Das heißt, hier fast Faktor 10 mehr. Und für die Ausgabe haben wir auch 0,02 für 1000 Tokens. Ähm, also auch fast Faktor 10 mehr. Und ja, wir haben auch hier nur 4K-Kontext, während wir hier auch 4K-Kontext und 16K-Kontext zur Verfügung haben. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen schwierig, weil das bedeutet, ihr müsst eure Prompts 90% kürzer machen, um überhaupt hier die Kosten, die ihr einfach nur habt, weil ihr ein feingetuntes Modell benutzt, wieder reinzubekommen. Okay? Das heißt, ihr müsst eure Prompts quasi 90% kürzer machen können, was, wie hier oben gesagt wurde, äh, wo ist es? Hier. Hier oben 90% feingetunete Instructions sind kürzer. Das ist schön und gut, aber ihr müsst es halt auch erstmal reinholen. Ihr müsst dann eure Prompts auch wirklich diesen 90% verkleinern. Und dann macht das natürlich Sinn. Aber nur für sehr, sehr nischige Business Cases. Jetzt will ich aber noch kurz eine Sache sagen. Wenn wir bei Input 0,1,2 Cent bezahlen und für ein Output 1,6 Cent, dann können wir auch doppelt so viel bezahlen und, okay, vielleicht ein bisschen mehr als doppelt so viel und können einfach GPT-4 benutzen, weil GPT-4 ist massiv besser und braucht in den meisten Fällen einfach gar kein Feintuning mehr, zumindest in meinen Use Cases, weil es so viel mehr verkraftet. Wir könnten hier theoretisch sogar direkt den 32K-Kontext machen und dann haben wir diese Trainingskosten hier überhaupt nicht. Also, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Für manche Use Cases mag das ganz gut sein, wenn ihr wirklich sehr spezielle Anwendungsfälle habt, aber für die allermeisten Use Cases ist dann entweder der Schritt auf GPT-4, falls ihr es mit 3.5 nicht hinbekommt, sinnvoll oder aber dann tatsächlich einfach in 3.5 zu bleiben und zu sagen, wir nehmen direkt den 16K-Kontext oder vielleicht sogar einfach den normalen 4K-Kontext und schrauben noch mehr an unseren Prompt rum. Vielleicht ist das dann doch einfacher. Es gibt aber selbstverständlich auch Use Cases, wo so ein feingetuntes Modell Sinn macht und, ja, zum Beispiel eben, ne, was wir schon die ganze Zeit gesehen haben, ein Modell von ChatGPT oder von GPT-3.5, was wirklich nur Python kann und dafür richtig, richtig, richtig Gutes in Python würde wahrscheinlich GPT-4 outperformen, aber das muss alles noch evaluiert werden. Das gibt es so, glaube ich, noch nicht und, naja, es wäre cool, wenn es das geben würde, aber dazu müsste man es ein bisschen offener gestalten, sprich, dass auch andere Leute mein Modell benutzen können und so weiter. Ja, also alles in allem so ein bisschen zwiegespalten. Es ist trotzdem nützlich und, ja, ihr dürft mir gerne mal schreiben, was ihr dazu meint und ob ihr feingetunete Modelle benutzen wollt oder ob ihr das nicht wollt. Und das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.